Das neue Zobel ist, dass wir zwei Sets spielen. Eigentlich machen wir immer nur eins. Es ist mega lustig. Ich habe noch nie meine Kleider gewechselt während des Konzerts. Es ist auch noch spannend, dass es eine Pause gibt. Ich freue mich, es ist etwas Neues. Ich würde sagen, wir spielen Popmusik mit Einfluss aus dem Soul, Funk und vielen verschiedenen Musikrichtungen. Wir haben es gerne, wenn es viel Energie hat. Wir lieben Beats und Blossinstrumente. Wir haben Simon, er spielt auf einer Maschine, wo Blossinstrumente Soundproben wiedergibt. Er muss es natürlich richtig spielen, sonst klingt es nicht gut. Wir haben einfach die Beats gerne, das gefällt uns. Wir lieben das Sampled Sound, die Beats und die Cut-Up-Stuff. Die Beats und Blossinstrumente Die Beats und Blossinstrumente Die Beats und Blossinstrumente